. Moin Leute, hier ist Alex. Heute gibt es mal einen kleinen Tipp. Und zwar, wenn ihr keine Parallettes zur Hand habt, dann nutzt euch einfach selbst. Okay, passt auf. Der obere Partner hat dabei eine schöne Propräzeption für die Liegestütze. Und ihr selbst habt ein schönes Trizeps-Training. Je nachdem, wie weit der Partner Richtung Handgelenke greift, wird es umso schwerer. Kleine Challenge für euch. Versucht das mal mit Handstand Push Up. Wer es schafft, kriegt ein Like von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.